So, haude Freunde, da sind wir wieder mitten im Krieg hier, in der nächsten Mission. Ich habe hier mal aufs Scharfschützengewehr gewechselt. Und los geht's, Call of Duty, Modern Warfare Remastered. Nächste Mission. In den Panzer können wir nicht so fällig einsteigen, glaube ich. Ich probiere es aber auch nicht. Im Moment guckt er sich natürlich. So, jetzt weiß ich mal, wie sich so ein Sniper fühlt bei Battlefield 1. Oh, jetzt. Schnapp dir einen Raketenwerfer und schalte diese Helikopter aus. Wo soll ich denn jetzt den Raketenwerfer herholen? Das ist ja lustig. Rechte Flanke! Sie kommen über die rechte Flanke rein! Sein Kontakt! Bei diesem Fall! Geh auf! Hat der nicht einen Granatwerfer? Und tot! Das war doch schon wieder... Oh man, alter! Wo denn? Ne, so schnell sterben wir hier nicht. Fall um! Ach du Scheiße! Und Rück... Rückzug! Oh ey! Echt angewöhnend hier nicht so weit nach vorne zu rennen ey! Hier! Könnte erstmal eine Granate schlucken. Und noch einen kleinen Granatwerferchen. Was ist denn da von uns? Irgendwas stürzt hier glaube ich gerade ab. Ah ne. Unser Panzer. Okay. Gut, gut. 5, Bravo 6. Möglicher Hinterhalt voraus. Wir werden weiter vordringen, wenn ihr den Bereich vor uns gesichert habt. Over. Achte auf Silhouetten auf den Dächern. Bereits bereit machen. Wir werden ein paar Geschosse in diese Gebäude befördern. Bereit! Schiffe! Zweistückiges Gebäude auf Reisbuch und Erdgeschoss. Da habt ihr was. Zum Mittag. Och man. Alter. Vielleicht zwei Granaten auf einmal. Die nächste Granate, Alter. Ihr habt es aber auch mit euren Granaten da. Bereit! Schiffe! Zweistückiges Gebäude auf ein Ohr. Erster Block! Ziele erfasst! Feuer! Bereit! Gleichstückiges Gebäude! 11.15 Uhr! Da oben ist noch einer. Den haben wir uns geschnappt. Und da hinten versteckt sich noch einer. Da noch einer. Da noch einer. Verstanden. Man, was ist denn mit ihm da oben? Kommt er denn schon wieder her? Ach. Komm, steh auf. Ich habe doch hier gesehen, dass du dich wieder hochgekrebelt hast. Bereit! Schiffe! Dreistückiges Gebäude! 12.30 Uhr! Oh, hier. Jetzt ist erstmal Ruhe hier in dem Laden. Gut. Das hätten wir erstmal erledigt. Ähm. Hat die nicht mal gesehen? Alter, da zerfetzt die uns hier fast. Das ist so, äh, äh. Vor allen Dingen von wo denn? Von da oben wieder die Hure war? Komm her hier! Mann, ne. Wo kommt der denn her, ey? Mann, du Hurensack! Unglaublich. Ja, komm, fall um da. Hier hast du es. Da frisst die Blendgranate. Wo sind denn meine Leute eigentlich? Interessiert die auch nicht, wa? Das hier Nahkampfattacke, du Hure, Mann. Interessiert die auch nicht, wa? Dass ich hier irgendwie ins Haus stürme und hier das Haus hier alleine cleane. Ist ja auch real. Warum denn auch? Lass es mal machen. Na, den Marktstand, Mann. Hier spielt die Musik. Das ist schon wieder immer da drüben, ey. Oh, hier noch bei uns, okay. Komm, mach. Das ist schon mal wieder. Wiss ich doch, dass da unten noch einer steht. Ich finde es immer wieder geil, wie die von hinten nachkommen, ey. So, erstmal hier kurz drinnen nachladen. Erstmal kurz durchschnaufen hier. Da oben ist da der nächste. Ah ja, brauchst du ja nicht anvisieren mit deiner... äh, mit dem Raketenwerfer. Nachladen. Wer hat ihn denn abgeknallt jetzt? Hier, habt ihr mal ein kleines Geschenk. So, geil. Das seht ihr aber auch nicht so wirklich. Raus, weg. Boah, wie viel kommen denn hier schon wieder, ey. Ich bin jetzt hier drin, ey. So, ist hier noch Inhalt drin von dem? Ja. Ja. Muss der auch nachladen. Ja, du Scheiße. Völlig die falsche Taste gedrückt wieder. Mann, du! Boah, da hast du dich aus bei sowas, ey. Die Nahkampfattacke einfach mal. Ah, nee. Mann, aber die Schnauze da oben, ey. Hier. Hat er überhaupt nicht gewechselt. Geil. Ach, Erdkene hat er nicht mehr. Kann man ganz schlecht einschätzen, wo die Granaten liegen, finde ich, ey. Na gut, da ist man halt auch verwöhnt vom Battlefield. Und die nächste Granate, wo, wo... Tut mir leid. Also, wo lag die denn bitte wieder? Ah ja, Instant-Tot. Okay. Alter, ey. Also, das Spiel ist echt, äh... Knackiger als gedacht. Hätte ich... Habe ich so nicht mehr in Erinnerung. So schwer, muss ich sagen. Ah, der ist ja nicht mehr. Wendet uns die Leergegner hier gerade? Also... Aber wie viel sind denn da unten drinne, bitte? Kann das sein, dass es irgendwie mehr Gegner geworden sind? Nach zweimal sterben? Genau. Ach komm, dann machen wir es mal ein bisschen schwerer. Dann packen wir noch ein paar Gegner hin. Kommen wir jetzt auch über die rechte Flanke hier, ey. Kommen wir hier irgendwie... Boah, kommt der hier einfach in die Rand, ey. Von hier kommen wir aber nicht so. Aber taktisch ist es auf jeden Fall schon mal eine bessere Position. Wie viel kommen denn da noch? Aber ich hätte hier früh kommen und endlich viele Leute nach. Kommen wir drauf, komm mal ein. Kommen wir nochmal hin. Kommen wir auf offener Fläche. Letzt mich von uns. Alles klar, ist klar. Ach man, du Hure. Ich will hier nachladen in Ruhe, man. Lad nach. Alter, ey. No, ich kann nie ins Haus rin. Und hier sind der nur Gegner. Nur. Danke, nur Haus. Geht's hier hinten an. Auf jeden Fall stehen sie hier auch schon. Okay. Alter, ey. Fickt euch doch einfach alle hier. Kann ich nur sagen. Hantelst du denn da unten? Verrecke. Oh Mann, das... Einfach mal... Weg! Mann, ey, die hier auch mal nachrücken. Jetzt kommen sie endlich mal. Ja, steht doch nicht im Weg rum. So ein Wichser hat hier wieder eine Granate drin geworfen, ey. Mensch, halt doch die Kleber. Boah, da ist ja noch einer. Und runtergefallen. Geil. Ich weiß nicht, wo meine Leute eigentlich gerade wieder sind. Gut, jawohl. Wenn wir schon wieder finden. Da sind sie doch. Ah ja, okay, okay. Alles klar. Haben wir irgendwas, um den zu bekämpfen da an seinem Mega-NG? Wie trifft er mich denn hier noch? So, Schnauze. Und jetzt einfach hier voran. Geh neid, geh neid! Stopp! Da kommt ein feindlicher Panzer die Straße rauf! Feindliche Truppen auf dem Weg! Warpik, Bravo 6, T-72 hinter dem Gebäude auf 10 Uhr. Sie können angreifen, over! Verstanden, Bravo 6. Ich hab ihn auf Infrarot. Wechsel auf Manuel. Und ihr bleibt jetzt da stehen, oder was, wenn der Panzer direkt auf euch zufährt? Ja. Okay. Ich denke, das ist ein feindlicher Panzer. So, hier ist unser Panzer, dem wir ja Gleitschutz gegeben haben. Okay. Bravo 6, das zweite Platon ist unterwegs zum Treffen an Ihrer Position. Wie ist Ihr Status, over? Die wertvolle Ladung ist heil und unterwegs. Wir sind fast bei Schnellstraße 4 und sollten bald Sichtkontakt zum zweiten Platon haben. Feuer öffnen! Nagelt sie fest! Hier stehen die schon wieder. Okay. Mann, kannst du nicht mal hier rüberklettern? Wir brauchen jeden Mann, also kommen Sie an Bord. Over. Verstanden. Wir haben soeben Alassads Aufenthaltsort herausgefunden. Alle Mann an Bord. Na los! Mann, 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 Mann. Ja, sorry, dass wir hier so oft draufgegangen sind, aber da bin ich manchmal ein bisschen zu stürmisch, glaube ich. Aber so ist es halt. Ist aber wirklich ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Und der einzige Shooter, den wir immer zocken, ist ja eigentlich Battlefield. Naja, soll jetzt keine Ausrede sein, aber Call of Duty spielt sich schon ein bisschen anders. Aber Laune macht es ja trotzdem. Jo, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Mission beendet. Guckt bei Battlefield 1 rein. Und dann bis zum nächsten Mal wieder. Eure Spielung. Oh, shit.